Impfen ohne Termin. Das geht aktuell an 14 fixen Standorten in Wien. Dort reicht ein Ausweis und, falls vorhanden, eine E-Card. Etwa in zwei Supermarktfilialen, in der Otterkringer St. Leitengasse und in der Hanalser Jörgerstraße. Ohne Termin impfen ist auch an der Technischen Universität beim Resselpark möglich und sogar im Stephansdom. Den spontanen Stich gibt's ebenso in den beiden städtischen Impfboxen. Eine steht am Rathausplatz, die andere am Räumannplatz. Aber auch einige Einkaufszentren bieten die Corona-Impfung ohne Termin. Etwa der Gerngroß in Maria Hilf, das Columbus Center in Favoriten oder Huma 11 in Simmering. Aber auch das Auhof Center in Penzing, die Lugner City in Rudolfsheim, sowie die Millennium City in Brigittenau oder das Riverside in Leasing. An den bisher genannten Standorten werden alle Personen ab zwölf Jahren mit BioNTech-Pfizer geimpft. Den Impfstoff aussuchen können sie sich im Austria Center in der Donaustadt. Dort kann man aus allen vier Impfstoffen wählen, auch ohne Termin. Neben den fixen Standorten sind in Wien außerdem zwei Impfbusse für Spontanimpfer unterwegs. Diese machen immer an einem anderen Ort halt, zum Beispiel vor Gemeindebauten oder U-Bahn-Stationen. Auch dort bekommen alle ab zwölf Jahren BioNTech-Pfizer. Impfen ohne Termin geht also an vielen Orten in Wien. Alle Infos zu den Standorten und Öffnungszeiten sowie den Tourplan der Impfbusse gibt's online auf wien.gv.at.